Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 89 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Theo hat mich gefragt, ob ich ihn heirate. Theo hat mich gefragt, ob ich ihn heirate. Theo hat mich gefragt, ob ich ihn heirate. Theo fragte, ob ich ihn heirate. Diese roten Rosen wachsen in unserem Garten. Diese roten Rosen wachsen in unserem Garten. Diese roten Rosen wachsen in unserem Garten. Ich öffne mein Geburtstagsgeschenk. Ich öffne mein Geburtstagsgeschenk. Ich öffne mein Geburtstagsgeschenk. Ich öppne mein Födelse als Präsent. Was gibt es Neues zu sehen? 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 Jetzt ist endlich Weihnachten! Jetzt ist endlich Weihnachten! Nöer der erntligen Jül! Ich sitze gerne auf Mamas Schultern! 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 Danke, dass du mir Pizza mitgebracht hast! 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 Ich sitze gerne auf Mamas Schultern! Danke, dass du mir Pizza mitgebracht hast! Ich sitze gerne auf Mamas Schultern! Ich sitze gerne auf Mamas Schultern! Ich sitze gerne auf Mamas Schultern! Wir sind das Team aus der Anwaltskanzlei am Bahnhof! Wir sind das Team aus der Anwaltskanzlei am Bahnhof! Wir sind Teamet von Advokatbüren auf Stationen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Hier kommen Repriser. Ich habe den gelben Schrank in einem Antiquitätengeschäft gefunden. Die gula Skopet hittade ja et Antiquariat. Ich muss Brennholz auf den LKW laden. Ich muss Brennholz auf den LKW laden. Ich muss Brennholz auf den LKW laden. Du kannst das Handy besser bedienen als ich. Du kannst das Handy besser bedienen als ich. Möchtest du ein Glas Saft haben? Möchtest du ein Glas Saft haben? Will du hot glass use? Der Weg ist mit großen Steinen gepflastert. Der Weg ist mit großen Steinen gepflastert. Das ist unser Team. 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 Ich glaube, da kommt jemand. Ich glaube, da kommt jemand. Ich glaube, da kommt jemand. Hast du schon einmal einen Seestern gesehen? Hast du schon einmal einen Seestern gesehen? Hast du schon einmal einen Seestern gesehen? Har du någonsin sett en Sjöstjärna? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Und gib uns bitte ein Like. Og je os et Like. Wir schauen jetzt ein Éxitos. Bis zum nächsten Mal. Ich sage auch, hier wird es ein Seestern gesehen. wenn wir uns auch mal wiederholen, dass wir uns auch mal da oder auch malen. Wir werden uns auch mal unterbrochen. Und wir werden uns auch mal wiederholen. Und wir werden uns auch mal diese Beinein,